Hallo ihr Lieben, Frage 6 von Günter Nackert an Herr Nestle. Frage 6 ist ein bisschen lustig. Fanden Sie es amtsangemessen, was für ein Wort, dass mir Herr Rathauschef Schulze bei Neujahrsempfang 2019 in Würm die Weißwürste von Teller geklaut hat? Und meine drei unschuldigen Unterstützer auch noch wegen Hausfriedensbruch angezeigt hat und von der Polizei hat abführen lassen. Nicht zu fassen. Nein, das war nicht angemessen. Das macht man nicht. Das ist nicht normal. Wenn jemand esst, dass du ihm die Wurst raus aus dem Teller nimmst und über den Kopf haltest. Ich habe seine Wurst geklaut. Ich habe seine Wurst wie ein Trophäe. Das ist peinlich. Herr Schulze, das war nicht schön. Das macht man nicht. Auf bulgarischer Sprache sagt man, wenn jemand esst, sogar die Schlange lässt ihn in Ruhe. Kogatucu vek yade izmiyate negoza kacca. Das war nicht angemessen. Amtsangemessen. Nein, war das nicht.